Stopp, stopp, stopp. Wenn der Ball gespielt ist. Ich hab den Ball. Jetzt kommt der Pass. Raketnadel. Zack, führen da hinten hin. Passiv! Tore, Betäse. Vorteil, Vorteil, Vorteil. Okay, das ist die Passfolge A. Es gibt nichts in meinem Ball, was es nicht gibt. Wahrnehmen und entscheiden. Wir müssen mit jedem Ball arbeiten können, nicht bloß der, der von außen angespielt wird. Also leitet er eine Kreuzbewegung ein. Macht das hier. Erster mit drei Punkten hat gewonnen. Ja, ich hab ja schon einen Punkt. Ja, riesen Räume in der Mitte. Mit beiden Händen, rum. Mit der anderen Hand auch mal. Gegen die Laufrichtung und in Laufrichtung. Auf rechts außen und auf links. Diagonal Pass, ich bleib auf meiner Position. Und jetzt drücken wir den Ball hier. Dass ich eigentlich sofort zwei Minuten geben muss. Zwei Minuten für den Abwehrspieler, sieben Meter auf den Tor. Das ist der Abwehrspieler. Aufsetzer Pässe, Handgelenk Pässe, Schlagwurf Pässe. Beim Stoßen, beim Sperren, beim Kreuzen. Hopp! Stoßen, passen, stoßen, passen. Hopp! Haben wir das im Griff? Ja, richtig. Mit Sicherheit. Ich bin danke. Nein. Untertitelung. BR 2018